grüßt euch so alles eingebaut ich habe das Gerüst erstmal alles abgerissen ich werde es dann vielleicht noch mal brauchen wir gucken mal Fensterbänke ich habe gar nicht rumgeschaut ob ich wirklich alle gemacht habe ich denke wahrscheinlich ist das das wäre ja eigentlich der oft ach stimmt ja sonst wäre die auf kombinär ledig gemüssen gut kann ja müssen ja stimmt gut Türe zu kalt hier draußen im Winter so wir sollen eine Treppe kaufen so was hätte man hier gerne für eine weise schöner Holz drin kompletter Holz drin die gefällt mir richtig gut die gefällt mir richtig gut ja na gut das Holz sieht ein bisschen anders als wie erhöft so ist das blöster Schatten was muss ich eigentlich sagen was blöster Schatten was gibt es denn noch können wir das verändern hier ah jetzt kann ich das nicht mehr ganz nicht mehr na ok so was soll man jetzt machen Trennwände und viele kaufen und wenn man richtig bestellen blablabla Gipskarton ok ähm Trennwände so jetzt nehme ich mal aber es geht in hin und dass tun wo 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 festschreiben das hier Der Deckel muss da anbauen. Okay, lass uns das hier noch ein Pömische Räume werden. Okay, lass uns das hier noch anbauen. Okay, lass uns das hier noch anbauen. Ich hab die Videos draus. Oh Gott, das ist schnell mit 100. Barsch ein bisschen. Okay, lass uns das hier noch anbauen. 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 Gut, jetzt noch hier die rein. Okay, little bit corner. Okay, lass uns das hier noch anbauen. Okay, lass uns das hier noch anbauen. Okay, lass uns das hier noch anbauen. So, was I using this? What's that? I'm going to put it on the other side. I'm going to put it on the other side. There are some small rooms here. es wird bloß nur was können Und knappt wieder. 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 Sollte Musik Sog die Pache. Das war's für heute. gut ja Oh Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Oh, ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielleicht immer noch irgendwo was. Gut. So. Das haben wir. Wir haben uns verbraucht. Oh. Ich habe noch nicht so viel gebraucht. Was ist denn, ich kann nicht das noch. Was macht man? So schönes. Ach, es gibt nur die 3. Die 6. Die 6. Die 6. Die 6. Die 6. Die 6. Die 3. Die 7. Du weißt ja, du brauchst du gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Und es ist ein bisschen mehr abgedacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020